So hallo ihr Lieben, hier ist Christian Schmeier, Vater Rapport und Beziehungscoach und diesmal Vlog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe, wer meine Arbeit noch nicht kennt, findet ihr auf liebesche.de, alle möglichen Dinge, Kurse zu Liebeskummer und so weiter, Beziehung, Dating und persönliche Sachen auch und die Selbstliebe-Challenge, wollte ich schon mal sagen, war ja monatelang nicht mehr dabei, geht nächsten Monat wieder los, der absolute Klassiker, sichert euch da noch ein schönes Plätzchen. So, heute haben wir das Thema, habe ich in meiner Beziehungsanbahnung, irgendwie habe ich mich da zu wenig angestrengt, habe ich da irgendwas, hätte ich da noch irgendwas machen können und ja, schauen wir uns das mal an. Hallo Christian, danke für deine tolle Arbeit, Buch, YouTube und so weiter. Ja, ich habe ja gestern meinen Vertrag unterschrieben, schreibe jetzt am neuen Buch und freue mich auch sehr. Ja, wir Anfang 40 hatten ein sehr schönes humorvolles Kennenlernen, ich wette übrigens Online-Dating, sahen uns circa zweimal die Woche, es gab eine schöne Steigerung bezüglich Interesse, Umarmung und Kontakt. Es gab früh Hinweise, die mich vermuten ließen, dass er noch etwas verheimlichte. Ja, das Bauchgefühl ist leider immer richtig. Nach drei Monaten beichtete er mir dann weinend, dass er zwar seit zwei Jahren getrennt sei, aber noch verheiratet inklusive Kinder und er wollte mich aber nicht verlieren. Also verheiratet sein an sich ist ja, es gibt viele Leute, die noch verheiratet sind und komplett getrennt sind, aber hier haben wir ja, wenn das schon so rüberkommt, das Thema, sie vielleicht doch nicht getrennt sind. Also, wie du hier auch schreibst, Dreiecke aus Ruhezeichen, ja, das ist die Brutstätte, toxischen Miss, auch selbst wenn man, ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu noch sagen soll, das ist, ja, also ich empfehle auch mal das Video, das bindungsängstliche Dreieck, vielleicht verlinke ich das hier mal, dass man auch sieht, dass jeder, der an so einem Dreieck hat, irgendwo auf so eine schräge Art was davon hat, so, aber, naja, Umprogrammierung des Liebeschips ist da angesagt. Eigentlich für alle Beteiligten, aber das häufig, da die Leute, die eher so im Minusport sind, interessiert das ja auch nicht so und, ja, gut. Ich hatte Zweifel bezüglich der langfristigen Dynamik, auch wenn er natürlich viel versprach, ja, das droht dann immer so Future-Faking zu sein, ne, auch da gibt es ein Video zu, auch das Thema im Modul 1. Auch wurden sie zu dem Zeitpunkt noch zusammen, ja, gut, das ist leider, ich kenne ihn jetzt nicht, ich kann das nur aus einer Mail lesen, aber für mich ist es vom ersten Eindruck der absolute Klassiker, dass jemand dann anfängt zu daten, obwohl er noch in einer Beziehung ist, ich weiß es jetzt nicht, aber dann nicht richtig ehrlich ist, also, ich weiß gar nicht, wie viele von diesen Mails ich kriege, es ist Wahnsinn, Wahnsinn. Ich habe früh bemerkt, dass er Berührung, Emotionalität vermissen vor allen Dingen gibt, wenn wir auch mal ein bisschen Alkohol zusammen getrunken haben, dass er in diesen Phasen war, wie ich mich nüchtern fühlte, nicht zeigte. Also, unbegründet, ängstlich, anhänglicher als jeder, verunsichert, ob ich ihn ignoriere, er mir vor Freunden peinlich sei. Ja, da könnte man jetzt vielleicht denken, er ist genauso wie du und sicherlich ist er auch eine Seele auf der Suche und mit dem eigenen Liebeschip-Problem, nur, wenn er nicht Single ist, ist er nicht Single, das ist ganz wurscht, ob du da Gemeinsamkeiten erkennst, es ist einfach nicht das, was du willst. Das ist immer wieder Standards und Deal-Breaker, auch Modul 1, diese Arbeit, dass man seine eigenen Standards nicht brechen lässt, egal wie toll man jemand findet. Das ist ein essentieller Teil der Reise in die Selbstliebe. Er am Anfang unglaublich nah sein konnte, schon fast zu nah alle kennenlernen wollte, wirkte aber auch oft abwesend, auch nach dem Sex. Ja, hat halt kein sicheres Bindungsmuster, ich meine, das ist jetzt auch sein gutes Recht, kein sicheres Bindungsmuster zu haben. Ja, auch egal, ich gehe jetzt ja nicht um Schuld, sondern einfach, ob dir das gut tut und ich glaube nicht, dass dir das gut tut. Ist halt wieder so ein elendes Dreieck. Okay, so scheint es mir zumindest. Und eben so eine bindungsängstliche, vermeidende, vielleicht manchmal sogar manipulierende, weiß ich jetzt nicht, Thematik, das ist immer wieder, aber du kannst so viel ihn analysieren, wie du willst. Und ist das wirklich das, was du haben willst. Und klar, dann wird man immer wieder von Sex und netten Momenten so reingezogen, aber da muss man irgendwann mal die Füße im Boden rammen und sagen, ja, es tut mir einfach nicht gut. Und wenn man meint, man könnte da nicht raus, muss man überlegen, warum bin ich so bedürftig. Es ist immer wieder das gleiche ABC so. Ich wusste selten, wenn man sich wieder sieht, er flüchtet in diversen Lebenslagen und scheut Kommunikation wie der Teufel. Ja, das klingt sehr nach Minuspol-Thematik und hofft, dass es sich von alleine klärt. Alles Terminliche passt er seiner Frau an. Ja, was soll man da noch zu sagen? Als ich ihn, äh, jetzt muss ich mal grad gucken. Gut, dann gab es noch so andere Themen, was ja so etwas unsteht, einen Lebenswandel hat, was sich sehr angetriggert hat. Da es immer Gründe gab, weshalb man sich nicht bei Tinder-Eier. Online-Dating, alles klar. Sorry, Leute. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist Online-Dating. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Weil ihr könnt es alle gern machen. Und ich kriege ja auch nur die Sachen mit, wo es nicht funktioniert. Klar, ich habe jetzt hier keine, aber es gibt eine Studie, 42% der Menschen auf Tinder sind nicht Single. Gut, aber Tinder wieder. Okay, also weshalb man sich nicht bei Tinder abmeldet müsste, big fucking red flag. Wenn sich jemand nicht abmeldet von der Partnerbörse, obwohl man meint, man wäre zusammen. Gut, also bis hierhin hast du ja scheinbar noch den Eindruck, dass er von seiner Frau zumindest getrennt ist. Aber finde ich mir auch nicht so richtig klar, wenn die noch zusammen wohnen. Weißt du ja, bist ja nicht dabei. Ja, aber dieses nicht abmelden von Tinder, ja, bis zu einer Affäre. Punkt. Egal, wie viele tolle Gründe man dafür findet. Ist nicht so nett, finde ich. Also, ständig Andeutungen bezüglich Frauen in Kombi mit Unwahrheiten, bezogen auch auf andere Social Media, formen ein Bild, das sehr stark von Aufmerksamkeit abhängig stehen, aber selbst eifersüchtig war. Ja, das ist leider das absolut typische Bild im Minuspol. Ich weiß nicht, wie ich das noch an... Also, gibt es für auch viele Videos zu, dass die dann häufig extrem eifersüchtig sind, während sie selber machen, was sie wollen irgendwie, ne. Das, wie gesagt, ich kenne ihn jetzt nicht, aber musst du für dich mal prüfen. Das ist auf jeden Fall häufiges, kenne ich auch gut, hatte ich auch schon mal, dass jemand einfach total ätzend eifersüchtig ist und den Letzten und selber, ja, keine Hemmungen hat, da ein ganz anderes Mindset für sich anzulegen. Was willst du da machen? Das ist... Und das hatte ich, glaube ich, auch im letzten Dating-Video gesagt, mit dem toxischen Dating. Das muss man sich mal... Also, deswegen, das ist eben auch der Unterschied. Er mag auch irgendwo so liebessüchtig sein, eben aber nach dieser Vielfalt, während du nach einer Person liebessüchtig bist, kann man mir ja denken, ist ja gehopft wie gesprungen, aber es ist eben toxischer Mix. Zumindest für dich. Also, ob jetzt für ihn, weiß ich nicht, aber für dich auf jeden Fall. Und oft zahlt der Pluspol vor allen Dingen drauf und strengt sich an. Und man kann es auch, selbst wenn man jetzt von diesem Pluspol-Minuspol mal weg ist, kann man es auch als Spiegel sehen. Das werden du überverzeihend, überkompatibel oder dich überkompatibel machend, überanstrengend, eher unteranstrengend, unterwahr, unterauthentisch und so weiter. Und da kann man nur sagen, okay, wenn das Universum in der Spiegel, dann muss ich vielleicht mal bei mir gucken, weil bei ihm kannst du nicht gucken. So, aber selbst er mich seine Freundschaft plus Konstruktion hellhörig werden ließen, ach Gott, das ist ja ein Dreieck des Grauens hier, weshalb ich ihm mit dem Sex wartete und in eine andere Richtung drängte. Okay, ebenso, dass die einzige Beziehung nach seiner Ehe eine kurze Fernbeziehung zu sein schien. Gut, dann hatte ich auch ein paar schöne Sachen hier. Was da zwischen uns besonders fand, ist, dass wir so viel Spaß hatten und es nie ein ungenehmes Schweigen gäbe. Ja, das sind alles nette Sachen, aber das habe ich, ich bespreche das immer wieder mit Klienten, dass, ja, das ist, also wenn so ein Partner dann nicht zwischendurch nett wäre, dann bräuchte man sich gar nicht bei mir melden, dann gibt es kein Problem, wenn jemand immer kalt, abweisend, lügend ist, ja. Aber Standards und Dealbreaker, du kannst noch so viele positive Sachen finden, wenn es Dealbreaker gibt, bringen die leider gar nichts. Und die kannst nur du definieren, das kann dir keiner sagen, ne. Ich hatte viel Verständnis, ja, das ist wieder das typische Pluspol-Gedödel, aber er forderte zunehmend auch Sicherheit und Entwicklung. Sehr gut, das geht ja schon mal Richtung Standards. Er kritisierte die fehlende Leichtigkeit. Ja, das ist, sobald man im Pluspol dann mal anfängt, so ein paar Ansprüche zu haben, sondern, oh, es ist nicht mehr so leicht, du wirst ja die Leichtigkeit. Und gut, jetzt darf er das sagen, weil er möchte, glaube ich, was anderes als du. Er möchte, ja, er sagt leider nicht was, deswegen will ich das, und das macht es halt so toxisch, wenn er sagen würde, ey, ich habe einfach Bock irgendwie ein bisschen rumzumachen mit der und mit der, und es soll alles leicht sein und bloß keine Probleme. Ja, da wüsstest du ja, woran du bist, ne. Das Problem ist immer, wenn man das macht und oder was anderes sagt, ne. Dann wird es halt schwierig. Nach den typischen drei, vier Monaten, ja, das sage ich ja auch immer wieder, die 100 Tage, genau, äh, ändert sich sein Verhalten. War immer öfter alleine an den Wochenenden verplant, nachts online, ja, muss man eigentlich gar nichts zu sagen. Toxic. Toxic. Nee, gab es vor allen Dingen, sobald, ja, bla, ach, das ist, sobald seine Verlustangst eintrat und seine Bildungsängste nicht dominierten und umgekehrt. Nach allen Verbündlichkeiten entstand Distanz, ja, und das macht einen Pluspol einfach so fertig. Und, äh, wie gesagt, unter Umstellung musst du mal gucken, weil dir, äh, wiederholt das ein Thema aus der Kindheit, dass du eben nicht stabilen Elternteil hattest, ähm, und, ja, auf deinem Liebeschip eben dieses hin und her liegt, ne, so, aber das macht extrem süchtig und macht extrem unglücklich, ne. Es sei denn, man will unbedingt so eine Drama-Beziehung haben. Äh, in stillen Momenten hieß es, er hätte mich so gern vor fünf Jahren kennengelernt, ja, das, ja. Er würde so vielen Menschen wehtun, sei egoistisch. Ja, Leute, hört drauf, was eure Date-Partner sagen. Wenn die sagen, sie sind egoistisch, hm, sind sie vielleicht egoistisch. Und, wie gesagt, das muss man alles als Spiegelthema sehen. Ich mache da jetzt auch nicht immer drauf rumhacken auf den Minuspolen. Ähm, es bringt nichts, weil, also, du spiegelst dich in ihm, wenn du ihn so lange datest. Und kann man sich dann überlegen, also, wenn er so egoistisch ist und das ein Spiegel ist, was ist dann mit mir? Und dann landet man eben häufig so beim Thema Co-Abhängigkeit. Ähm, übernetzt sein, zu wenig Standards, immer an andere denken. Da musst du mal gucken, ne. Äh, nach dem ersten Anlauf entstand dann irgendwann eine Art Ghosting. Ja, es ist auch Tinder-typisch, glaube ich. Äh, wie bei meinen Vorgeringen, unser Match wurde still aufgelöst, er war wieder sichtbar auf Tinder. Ja, nice. Leugneteinfolge zu suchen, ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist echt so voller Unwahrheiten und unauthentisch sein. Ist das das, was du willst? Auf Nachrichten antwortete er mir, vermisst du mich angeblich? Ja, Worte sind ein Scheiß. Ich sage das auch gerne in jedem Video. Worte sind ein absoluter Scheiß. Wenn die Taten nicht dazu passen, äh, dienen sie häufig halt dazu, dass man so in der Schleife bleibt. Und aber, äh, so eine Beziehung ist unter Umständen nie geplant. Aber man möchte gerne die sogenannten Nebenleistungen von Beziehungen mitnehmen, sprich Aufmerksamkeit und Sex. Ja, aber wie gesagt, ich muss so gucken, ob das so ist. Ähm. Also er vermisste mich angeblich, als ich Akzeptanz ausstrahlte. Ja, du sollst mitspielen, aber du sollst bitte keine Forderung haben, ne? So, ähm. Nach einem Monat trafen wir uns wieder öfter. Ab dem Zeitpunkt nahm ich alles leicht und ohne Erwartungen. Ja, das ist, was man immer denkt. Also ich kann euch immer wieder dir und allen anderen sagen, ihr spielt das Bindungsängstlerspiel. Und ihr versucht, dieser Person recht zu machen, als euch selber recht zu machen. Das funktioniert meiner Ansicht nach nie. Also außer jetzt in einer normalen Beziehung, wo man sich natürlich ein bisschen aufeinander eintunen muss. Aber, äh, na, mal alles leicht und ohne Erwartungen. Außerdem stimmt es auch nicht. Ich glaube schon, dass du Erwartungen hast. Sonst hättest du die Mail gar nicht geschrieben, wenn du das nicht irgendwie eine andere Vorstellung hättest. So, ne? Und wenn es nur Erwartungen sind über den Beziehungsstatus oder Ehrlichkeit. Am ersten Abend sucht er sogar Klärung. Mittlerweile war er von zu Hause ausgezogen. Okay, ich verdrinkte im Verlauf still meine Bedürfnisse. Ja, das ist plus Wohlverhalten. Das muss man einfach lassen, ne? Steht für euch ein, steht für dich ein. Standards und Dealbreaker. Sag, was du willst. Sag, was du mindestens brauchst. Und wenn es nicht klappt, dann nicht rumzerren an der Person, sondern einfach akzeptieren, dass es nicht passt. Und wenn man es nicht kann, Trenungskompetenz erarbeiten. So. Man telefonierte mal täglich, sah sich drei Wochen nicht. Mal wurde man seinen Freunden vorgestellt als die Einzige, mit der er sich noch was vorstellen könnte. Dann hörte man von ihm aus wieder nichts. Das Ganze gipfelte in dem ersten Ich liebe dich nach nun fast einem Jahr. Er wüsste, dass er immer noch eine Frau gesucht habe, mit der er sich so gut versteht und er feige ist. Ja, ich kann nur nochmal sagen, ich weiß, vielleicht hasst sie mich dafür. Worte sind ein absoluter Scheiß. Ich werde das immer wieder sagen, solange das Verhalten nicht dazu passt. Und das Verhalten passt nicht, meiner Ansicht nach. Vielleicht liebt er dich irgendwie abstrakt, aber nicht so, wie du es haben willst, glaube ich. Er wusste von sich aus auch, was mir fehlt. Sicherheit, das Gefühl, die eine zu sein, Aufmerksamkeit. Ja, schön, dass er das weiß. Deswegen macht er es natürlich trotzdem nicht. Ich wollte nur wissen, ob wir noch andere treffen und vor Freunden zusammen sind. Und das waren wir für ca. 24 Stunden. Ja, es ist leider die typische hot and cold, wie du es nennen willst, bindungsängstliche Beziehung. Wie sagen die immer im Englischen? Seductive Fusholder, verführender Vermeider. Nach einer Woche sprach ich erst in Akzeptanz an. Er meinte, er wolle gar nicht auseinander gehen. Ja, er möchte ich auch nicht loswerden. Er möchte nur die Nebenleistungen mitnehmen und nicht die Hauptbeziehung führen. Aber das sagt er leider nicht. Wenn er es sagen würde, wäre er das fein. Sein du momentan nicht fähig? Ja, aber dieses, weißt du, das ist meiner Ansicht nach Future Faking. Erst konnte er es nicht, weil er nicht ausgezogen ist. Jetzt kann er es nicht, weil, keine Ahnung, in der Mongolei Schnee gefallen ist. In zwei Wochen kann er es nicht, weil, keine Ahnung, weil es nicht geht, wenn die Frau Bundeskanzlerin eine Frau Bundeskanzler ist. Also, es ist ein Irrsinn, wirklich. Und es macht auch gut sein, dass er das selber gar nicht wahrnimmt. Und ich weiß es nicht, aber dir tut es nicht gut. Und versuch nicht, ihn zu retten. Also, das wird nicht funktionieren. Er bräuchte einfach Zeit, wüsste aber, dass ich die nicht habe oder schon investiert habe. Ja. Worte, 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 Worte. Andere sagten auch, er würde mal weglaufen, wenn es ernst wird. Ja, also willst du jetzt die Nächste sein, die das toleriert? Dann gab es nochmal ein Telefonat, das ging ganz viele Stunden und wir hatten gegenseitig viel Verständnis. Ja, ihr könnt so viel Verständnis haben, wie ihr wollt. Das ist einfach nicht das, was du möchtest. Also nochmal, du kannst ihn auch auf so einer allgemeinmenschlichen Ebene, das sind alle lichtvolle Seelen und kannst viel, ganz viel Verständnis und Liebe führen haben und trotzdem ist es nicht die Beziehung, die du führen möchtest. Ich wusste, diesmal hatte ich nichts falsch gemacht und konnte nichts ändern. Okay. Dann rebellierte mein Selbstwert nochmal. Ich suchte Gespräche und war auch irgendwie wütend. Ja, das ist dieses, wenn man, also eigentlich ein gutes Zeichen, wenn man seine Standards immer wieder brechen lässt, irgendwann hat man so eine Wut irgendwie und ist eigentlich gut, die zu spüren, aber man sollte sie nicht so ungefiltert an der falschen Stelle rauslassen, dann macht man auch an dieser Täter-Opfer-Spirale weiter mit. Und an dem Tag, vor etwa zwei Monaten, lud er mich spontan noch zu seinen Pärchenfreunden ein, worüber ich mich freute, wozu ich mich kurzfristig aber nicht in der Lage fühlte und dies hinterher bereute. Wir kamen wieder in Kontakt, nächste Runde, ich war offen, bla, 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 da, da, bat ihn sich Gedanken zu machen, wie ich in sein Leben passen könnte. Das hat er dir eigentlich schon zwischen den Zahlen gesagt, aber nicht so offen, ich verstehe das schon. Wir trafen uns dann nochmal nach ein paar Wochen, da es aber nie offene Gespräche und Antworten gab, suchte ich diese verstärkt, gut, und wieder ging für ihn die Leichtigkeit verloren. Ja, das ist jetzt einfach die nächste Runde und das wird immer und immer und immer so weitergehen, bis du völlig runter bist mit Nerven. Es läuft so in diesen Beziehungen, ich habe es nicht erfunden, ich finde es auch krass, aber so läuft es leider. Und ja, also guck, dass du jemanden findest, der einfach besser zu dir passt, das bringt auch nichts, das immer wieder zu bewerten, jetzt ist es einfach nicht, was du möchtest. Ihr seid nicht kompatibel, ihr habt eine Menge Chemie, ihr seid nicht kompatibel, meine Meinung nach. Seine Muster fehlende Nähe. Fohlen sollten sich mich schneller und es kamen öfter zu Zeiten, die meinerseits sicher auch an Stellen, die für nicht nachvollziehbar waren. Ja, aber wenn du, weißt du, wenn du monatelang so angeträgert wirst, also man kann jetzt einfach nur sagen, man sollte theoretisch früher rausgehen, Aber wenn man schon soweit wäre, bräuchte man mir nicht schreiben, also ist alles gut. Aber ja, natürlich ist man irgendwann einfach total genervt, weil es nicht vor und nicht zurück geht und er einfach nicht klar sagt, dass er nichts anderes möchte als das hier. Vielleicht möchte er in irgendeiner Fantasiewelt was anderes, aber er ist scheinbar nicht in der Lage dazu und ist auch nicht in der Lage, das klar zu kommunizieren. Da kannst du nichts machen. Er wollte es auch wieder aufbauen, bemühte sich, nächste Runde, aber es kam auch durch, dass ich im Kern langfristig nichts geändert hatte. Ja, was ich ja sage. Am Ende wusste ich nicht mehr, wie ich mit ihm umgehen sollte, meine Verlustängste dominierten und ich schaffte es nach dem zweiten Anlauf nicht mehr, die Verletzungen zu unterdrücken, alle Zweifel abzulegen, Bedürfnisse nur konstruktiv zu äußern und negative Gefühle wie Misstrauen, Kontrolle, Eifersucht und Ambivalenz zu verheimlichen. Ja, macht er ja auch nicht, brauchst du auch nicht verheimlichen, beziehungsweise das Unterscheiden, was angebracht war. Ja, es ist einfach irgendwann nur noch anstrengend, diese Sache immer weiter mitzumachen. Das ist einfach nur noch anstrengend, ich weiß. Ich wurde dann auch ein bisschen liebessüchtiger und rutschte aus meiner Polarität, was natürlich die Anziehung beeinflusste. Das hat, nee, du stehst einfach mehr für dich ein, aber das hat, glaube ich, mit der Anziehung nicht so viel zu tun. Also der Respekt gegenseitig nahm ab, ja, das ist jetzt, es verläuft halt immer so einen Spiralen abwärts, diese Beziehung. Das ist echt gruselig, aber du kannst nichts machen, außer gehen, meiner Ansicht nach. Ja, oder dich völlig unterordnen, aber das kannst du jetzt glücklicherweise nicht mehr. Also du nahm ab, indem ich Gespräche suchte, um einen Weg zu finden, brachte ich ihn weiter von mir weg, weil er genau das ja nicht kann, aber er will es auch nicht, ne, er will es einfach nicht und sich an seiner Verfügbarkeit nichts ändere. Da vor unserem letzten Treffen für mich unsicher blieb, ob es stattfindet, wünschte ich ihm aus Selbstschluss ein schönes Wochenende, anstatt nachzufragen. Nach seinem Anruf trafen wir uns dann, es war lustig, aber oberflächlich. Und so weiter. Es kam dann zu keinem Kuss, ich wurde immer skeptischer. Ich kommunizierte, dass mir die Nähe fehlte, wenn wir eine unglaubliche Chemie haben, aber nicht kompatibel sind, genau. Und die Rollen verteilt sein. Er reagiert immer kälter. Ja, wenn jemand nicht verfügbar ist, man wird dann irgendwann völlig besessen davon. Das hast du in einer sicheren Beziehung nicht, ne. Da ist das alles viel ruhiger und man hiepert nicht immer dieser Nähe hinterher. Und weil wenn man die dann immer nicht kriegt, das macht einen echt total wuschig irgendwann, ne. Ja, wir sollten uns in Ruhe mal hinsetzen. So, nächste Runde. Wir trafen uns auf dem Heimweg erneut, wobei er einen merkwürdigen Umweg nahm, angeblich wegen Einkaufen. Ich ließ mir nichts anmerken, aber mein Bauchgefühl sagte, dass er sich ertappt fühlte. Er schickte mir am Folgetag ein Bild von uns, hatte ja auf Social Media da irgendwas Neues am Laufen. Ja, guck dir das gar nicht an. Und ignorierte meinen Geburtstag. Ja, also, was ist aber da noch zu sagen? Oder war es, um mich bestrafend zu manipulieren? Ich kann dir das nicht sagen, warum. Es ist nur der ganz typische Ablauf in diesen Beziehungen. Und was willst du da noch zu sagen? Also, letztlich hat er nicht so viel Interesse für dich wie du für ihn. Es war sehr verletzend. Seit zwei Wochen kein Kontakt. Ich werfe mir vor, dass ich nicht aufgehört habe, als wir am Höhepunkt unserer Gefühle waren. Und klar war, dass wir im Kern momentan etwas Unterschiedliches wollen. Ja, aber jetzt hack nicht auf dir rum. Du hast es so gut gemacht, wie du es konntest. So habe ich unsere Gefühle verschüttet. Hä? Du hast gar nichts, was du verschüttet. Das ist... Nee. Das ist... Hättest du machen können, was du willst. Auch wenn ich weiß, unter den Umständen nichts hätte tun können, ohne eine reelle Beziehung zu führen, wünschte ich, ich hätte meine kontraproduktiven Gefühle nicht spüren lassen und würde so kompliziert dastehen. Aber das ist doch seine Realität. Kauf die doch nicht. Was hättest du denn machen sollen? Dich völlig unterwerfen und völlig vor die Hunde gehen. Also das ist doch total gesund, dass du überhaupt irgendwie mal für dich eingestanden bist. Meiner Ansicht nach dürfst du das gerne in der Zukunft noch viel, 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 zehnmal so viel machen. Und nee. Und du hast ihn nicht so gemacht. Und wie er ist, hat auch nichts mit dir zu tun. Gar nichts. Ich kann seine Essenz als Mensch lieben. Ja, darfst du auch, jederzeit. Aber die Art, sein Leben und Beziehung zu führen, entspricht aktuell nicht meinen Werten. Wofür brauchst du mich? Schöner kann man es nicht sagen. Ich weiß, er ist der unsicher Besorgte. Ich der unsicher Besorgte, er der unsicher vermeidende Typ. Ja, gibt es auch Videos zu bei mir übrigens. Völlig richtig. Und das ist auch ein Match, was nicht gut passt. Sagt die Forschung sogar. Alles deutet auf aktive Bindungsangst mit dem tiefen Wunsch nach Bindung. Machbar nur eine Nebenleistung. Ja, du hast schon mal mein Material auch schon studiert. Habe gelesen, dass diese Menschen Liebe, Wertschätzung, Sex und eine verlässliche Bezugsperson brauchen. Aber Elemente wie Nähe, Verbindlichkeit, Eifersucht, Exklusivität, Langfristigkeit bei ihnen zu Abweisung und Distanz führen. Also ich würde dir raten, er forscht lieber dich als ihn. Das bringt dir nichts. Das hat mich vieles verstehen lassen. Ja gut, dafür bringt es vielleicht was. Ich hing an der Sicherheit, etwas nie zu haben und zugleich nicht verlieren zu können, zumal er mein Typ war. Ja, er ist einfach auf deinem Liebeschiff und da würde ich mal rangehen. Ich wollte mich aber auch in der Funktion, ihm als Einzige helfen zu können, besonders fühlen. Was für eine herrliche Mail. Ja, und das ist so ein bisschen die, manchmal die Egozentrik im Plus, wo das man denkt, man könnte diesen Partner immer retten und helfen. Du kannst es nicht. Da muss er irgendwie, weiß ich nicht, in Therapie gehen oder ich weiß nicht was machen. Da kannst du nichts machen. Geliebt habe ich vor allem die verletzlichen Anteile, die ich von mir selber kannte. Und ja, wie gesagt, du hast es wunderschön gesagt, du kannst ihn in seiner Essenz lieben, aber in der Beziehung macht er dich wahnsinnig und das musst du einfach akzeptieren. Das ist im Plus, Plus so wichtig, dass man das einfach akzeptiert und diesen Schmerz, den man dann fühlt in diesem Loslassen, dass man da dann hinguckt, was sind das für Wunden, was will sich damit zeigen, was möchte angeguckt werden. Ja, das ist halt auch ja Thema in den Kursen. Also was ich auch immer wieder sage, hört nicht nur die Videos, nutzt auch das tiefer gehende Material oder geht mal in Therapie oder was weiß ich. Also, aber ja, du kannst da nichts machen und du musst endlich dieses Retterding gucken. Überleg mal, wen du vielleicht retten wolltest in deinem Leben und was sich hier neu ausspielt, weil das ist sicherlich ein Thema, was jetzt nicht nur in dieser Beziehung ist. Und hör auf, Menschen retten zu wollen. Rette dich selber, das ist das Wichtigste. In diesem Sinne, wir werden uns bald wiedersehen und danke für deine Mail. Bis zum nächsten Mal.